Vier Trümpfe mit dem Trabant 601. Bequem für vier Erwachsene. Viel Raum für ihr Gepäck. Wendig. Schnell. Ausdauernd und robust. Ihr zuverlässiger Begleiter, der neue Trabant 601. De Wagen für moderne Menschen. Trabant 600. Vorwielaandrijving mit 600ccm motor und vollgesynchroniseerde versnellingspak. Royaal. Smaakvoll. Ruim. Auch als Kombi. Ein Wagen für Menschen die vor Ort sehen. Trabant 600. Mittelpunkt internationaler Messen. Favorit der 600ccm Klasse, der Trabant 601. Frontantrieb mit luftgekühltem Zweitraktmotor. Vier Gänge voll synchronisiert. 6,8 Liter Normverbrauch. Platz für vier Erwachsene Personen. Geräumiger Kofferraum. Das alles für Sie im Trabant 601 aus den Sachsenring Automobilwerken Zwickau. Das alles für Sie im Trabant 601. Das alles für Sie im Trabant 601. Immer zahlreicher erscheint er im Straßenbild. Der Trabant aus dem VEB Sachsenring in Zwickau. Dieser Kleinwagen hat seine zahlreichen Freunde gefunden und findet sie weiter. Der Augenzeuge besuchte die Geburtsstätte des Plastikbombers, der Asphaltblase oder welche Spitznamen sonst noch für den kleinen, aber leistungsstarken Wagen gefunden wurden. Ovalband, Längsband, Bandgerippebau, Lackiererei, Tauchanlage. Für die Arbeiter im Zwickauer Trabantwerk selbstverständliche Begriffe. Für den Laien Gegenstand des Staunens und Erstaunens über das, was solch ein Trabant alles in sich haben muss. Seit 1960 ist die Produktion um mehr als die Hälfte gestiegen. Außer der Beplankung besteht das gesamte Fahrzeug aus Skalblech. In zwei Schichten wird an dieser modernen Tauchanlage gearbeitet, die von einem Kollektiv in anderthalb Jahren entwickelt wurde. Resultat? 50 Minuten Arbeitszeit pro Wagen wird gegenüber der einstigen Handarbeit eingespart. Die Spritzkabine. Hier werden die Karosserien mit Schleifgrund gespritzt, der die Unterlage für die Lackfarbe ist. Letzte Montagearbeiten vor dem Prüfstand. Mit den bisherigen Erfolgen geben sich die Zwickauer Automobilarbeiter nicht zufrieden. Zur Freude zukünftiger Trabantbesitzer. Robust, Powerful, Lively, Stable Cornering. Equal to any occasion, numerous international rally victories prove you can rely on this car. Trabant 601. Base of production, VW Sachsenring, Automobilwerke Zwickau, German Democratic Republic. Special feature, the world's first producer to manufacture in series a car body, which is completely coated with thermosetting plastic, and thus gave the car a long life at minimum maintenance. Hundreds of thousands of Trabant drivers have appreciated that for long. The End The End The End The End The End Der Trabant 601 Musik Trabant 601 Universal, a multipurpose car meeting many requirements. Its stowage capacity allows a payload of 390 kilograms. The stowage space can be increased to triple capacity by tipping over the rear seat bench. The Trabant Universal is a real bargain for anyone who wants to use the car both for occupation and for family and spare time. The Trabant Universal is a real bargain for anyone who wants to use the car. The cars produced by VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau rank with the most economical and efficient of this class. Their modern design, front wheel drive, air cooled engine, minimum maintenance, easy operation, maximum space for passengers and luggage at minimum external dimensions make them ideal companions of holiday trips. Musik Properly formed and fully reclining tip overseeds guarantee a high degree of safety and comfort. On request, the car can be supplied with a semi-automatic Heiko Mart clutch device, an extra which allows gear shifting without clutch operating. Its power reserve becomes obvious by the possibility of towing a load up to 280 kilograms. Man Summers Another fatal Now Check especie Untertitelung. BR 2018 Robust, powerful, lively, stable cornering, equal to any occasion. You can rely on the Trabant 601 from Zwickau. You can rely on the Trabant 601 from Zwickau.